Moin Leute, wie ihr zum Marlenia hochkommt habe ich euch schon quasi erklärt, wie man hier den Aufzug nutzt mit dem Geheimmedaillon, damit man oben das Gebiet hier rein kann. Was ihr bei der Stadt hier machen müsst, habe ich dann auch erklärt in einem anderen Video. Da könnt ihr gerne reinschauen, das geht ein bisschen länger, weil das Gebiet ein bisschen tricky ist. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nämlich dann automatisch hier hinkommen, ein bisschen über die Bäume hüpfen und hier zum Gebetsraum. Zum Gebetsraum habe ich mich schon teleportiert und ich werde euch jetzt mal fix zeigen, wo ihr die Asche bekommt, die ich gerade selber so sehnsüchtig brauche. Ich habe gerade ein kleines Kind, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich habe gerade selber was durchgelesen. Ich zeige euch das doch jetzt mal direkt im Eilverfahren. So, ich werde auch mal direkt einen guten Prozess machen. So, und hier ist sie auch schon. Die Asche, die wir hier in Hamburg. Der Rheinvolle Ritterin Finlay. Viel Spaß mit der. Lasst ein Abo da und Like. Bis dahin. Ciao.